Da, hier, so. Sack! Ich guck mal einer, die rackt. Ja, da wird sich da... Alter! Da wird sich ganz geschützt drum kümmern. Die Reihe ohne Menschheit, die hab ich mit dabei. Was ist denn, wie die springen können? Das ist der Hammer! Alter, krieg ich so Damage! Das ist ein Medikin. Okay, alles easy, alles easy. Alles easy. Da vorne ist Leben. Hier oben ist bestimmt noch ne Waffentruhe drauf, oder? So. Seit Jahren habe ich Roland und seine Freunde mit einer Lüge dazu gebracht, die Kammer zu öffnen. Ich sagte ihnen nämlich, das sei nötig, um Pandora vor einem großen Übel zu bewahren. Jack wusste, dass er mit dem Regium aus der Kammer ein Vermögen verdienen konnte. Aber er war zu feige, sie selbst zu öffnen. Durch mich hatte die Kammerjäger die Drecksarbeit für sich erledigen lassen. Irgendwie wird sie nicht sympathischer. Zeit Leute zu manipulieren. Ja, das könnte aber ne Manipulation sein. Komm mal geil, hier ist ein Sex-Magazine. Echt? Wo bist du? Die Gun-Ho! Wird mal angucken. Auf jeden Fall. Full Metal-Core-Set. Die lagen am Anfang, ganz am Anfang bei dem komischen Roboter auch rum. Aber geil. Uh, richtig schön aufgelöst, also schärfer gehts ja wohl nicht. Schärfer. Alter, hier oben ist ein orangener Gegenstand, wer kriegt den? Wo? Hier. Was ist das denn? Da werden wir, weil der Lawert Scheiße. Oh! Du bist ein richtiger kleiner, ne? Ja, genau, Chris. Ich freue mich gerade, er ist gut da hingekommen. Genau, du bist ein Yahoo, so sieht's aus. Ey, da ist doch was, was man kaputt machen kann. Das ist so geil, so, äh, Harrison Ford. In dem Carbonium, oder wie das heißt. Carbonit? Er ist denn das? Bei Star Wars. Ey, Peter! Haben so eingefroren. Komm, ey, hab was geiles für dich gefunden. Das ist das, warum du hier, das hier, du bist ein Mongo einfach. Orangene Waffe. Ich sag mal, hab mal direkt ein. Ach, der hat sich das gesnackt. Ne, ich hab mir das gesnackt. Was hab ich gesnackt? Ich bin ja, ich war ja, oder? Ich hab das gesnackt. Ja, einfach, ich wusste nicht, warum das war. Oh, ne, den kann Peter gar nicht gebrauchen. Ne, gar nicht. Na, das ist voll scheiße. Ne, das ist ein Gegner. Alter! Ihr müsst mich so in die Mitte stellen und das immerhin uns herwerfen. Fick dich. Schleu! Oh, er kann ich tatsächlich gebrauchen. Na, ach was. Das ist sogar 10% mehr Damage, das ist echt heftig. Nö, mieser Yahoo, ey. Echt mal. Voll der Lacker. Alter, ich hasse diese Zwergraten. Fick mich. Wetten wir, da ist noch was über uns. Alter, die ficken mein Schild jedes Mal so übelst. Oh, ja. Weißt du, woran mich diese Zwergraten erinnern? An Diablo 2, diese kleinen Mongo-Gegner. Aus Teil 3? Ne, aus Akt 3, meine ich. Akt 3, genau. Die immer so... Waffenkiste, Waffenkiste. Waffenkiste, Waffenkiste. 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 Komm, Maschinengewehre. Oh, was wartet denn da unten noch aus? Oh, da ist nur ein Raketenwerfer. Oh, da ist nur ein Raketenwerfer. Und auch noch ein Schlechter. Also ich hab keinen beispielsweise. Der ist ja richtig super, nicht. Ja, wenn er die Waffenkiste nimmt, kriegen wir halt die nächste, ist kein Problem. Ja, auf jeden Fall. Instabiler Krystaliske. Der hält gut weit aus, der Junge. Ich hab gerade zwei Raketen auf den geworfen. Ich glaube, den kann man sich gar nicht treffen, vernünftig. Ich glaube, ich hätte aktiv ist. Ich auch. Der wäre aktiv, oder so. Der hat mich schon die Hälfte des Lebens, nur. Ja, komm, ich schieße mal so eine Rakete auf den. Ich glaube, jetzt ist ein Wagenbeer. Boah, deine Rakete ist ja voll schnell. Alter, auf jeden Fall. Oh, du hast ihn hingekommen. Oh, ich bin Mongo-Raketenwerfer. Der macht der überhaupt, der hat voll kein Leben. Wow. Ja, was hat der da jetzt gebrobt? Der ist noch nicht tot. Wow, wie viel Damage das Ding macht, das ist ja der Hammer. Oh, hier sind ganz viele Gegner, den. Oh, die ist auch nochmal so ein Kristallist. Aua. Kristallist. Jawoll. Aua. Kritisch, 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 kritisch. Aber man kann ja noch auf die Beine und so schießen. Ja klar, dann machst du mehr, Chris. Ah, sehr gut. Voll geil, so ein mehrphasiger geht. Das finde ich immer gut. Aua. Wir sind noch für Gegenstände. Was sind das da für Dinge, die der fallen lässt? Das sind wir auch nicht. Geld. Ach, das ist Geld. Das Bernsteinzimmer, das wir uns bauen können. Ja, genau. Ah, das, 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 äh, wir müssen dem sogar diese Dinger abschießen, sonst kriegen wir die Kohle nicht. Weil je mehr wir denen auseinandernehmen, desto mehr Kohle kriegen wir. Kann mich jemand wiederbeleben? Ich bin sofort tot. Ja, ich bin auch tot. Ja, Peter, da musst du dich auch mal melden. Ich sterbe. Ja, hätte ich nicht sein müssen. Ich sterbe. Dann kann man auch wieder so leben. Oh Gott, ich hatte voll viel Geld. Gibt's nicht mehr? Ah, Dennis, auf jeden Fall auf die Dinger erstmal schießen, dann kriegen wir Knete. HD ist echt so ein Yahoo, das ist der Hammer. Tausend hat das gekostet. Dammit. Oh nein, ich bin tot. Ja, Jay, da musst du dich auch melden. Ja, ich meld mich, du Arsch. Ja, ich mach' ne Stammfattacke. Komm, Adi, ich hab' dich gerettet, du wirst du nicht. Ja, ich bin da schon auf dem Weg. Ja, sehr gut. Zuverlässig im Gegensatz zu Peter. Das haben wir mal die Knete ein. Sommeln sie mal aus, ich soll'n kleiner, ne, du weißt schon, Nutter. Wir sind kleiner, richtig geiler. Alter. Die Racks sind so nervig. Komm, die treten wir auch kommen mit meinem Zauber. Ich hab' schon mal geschützt, überhaupt nicht aufgestellt, ey. Da müssen wir übrigens uns links halten, wa? Ja. Ja, wir können trotzdem mal re... LOL! Die Medikid. Wir können trotzdem hier nicht mehr re... ...und gucken gehen, weil hier so eine Steife ist. Da ist denn es, du hast eine Medikid. Von mir aus... Aua, 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 aua. Wo gehen wir zuerst? In hinten ist doch nur so eine Steife. Komm mal, diese Scheiß-Federmaus-Motherfuck-Viecher, ey. Motherfuck-Fucker. Mama, flieg nicht weg! Leute, hier ist wieder so ein Schuss von Lippen. Alter, ich treffe überhaupt nicht, ja? Alter, der ist voll... LOL. Ich bin froh. Ist voll LOL? Ja, der ist voll der Artillerie-Schütze. Ja, ne? Ich hab jetzt gar nicht gecheckt, wie die einen angreifen. Wo ist... Komm, denn? Ah, da. Ja, ich meinte auch Jay. Sag, zwei Schüsse pro Beinchen. Und wer werden da? Du musst aber auf die Hinten auch noch schießen. Ja, hier ist doch mal einer. Wir müssen den komplett ausbeuten, Jay. Wisst ihr, schieß doch zweimal auf die Beine. Rennst du halt... Ja, der hat aber auf die Beine. Ich mach dir mal 2000 Schaden. Da kann ich ja nichts für. Ja, dann schieß nicht auf den. Ja, der geht nur aber auf den Schieß. Dann schieß halt erst mal nur auf die komischen Kristalle von dem. Die bringen nicht die Leute hier. Du Mongo. Hier ist die Waffenkiste. Hab ich doch gesagt, das wäre eine Runde. Komm, ich habe Maschinengewehre. Oh, schon wieder so ein Motherfucker, ey. Alter. Was macht so einer? Wir nehmen den nicht. Ich kann nicht der letzte Mongo behalten. Alter. Oh, Don. Nicht der letzte Mongo. Gerne. Wenn du so ein Geldgeiles Schwein bist, dann kannst du ja auch mal hier, äh, die Dinger zertrümmern. Alter, von wem Krieger? Der ist hinter dir! Der geht dann die ganze Zeit aufs Maul. Das hat nicht mal gemerkt, dass man immer noch geschiebt, weil der besprochen ist. Was ist das denn? Der bitte, der muss auch auf den, den Stein schlagen. Ja, dann mach ich ja nicht. Ja, nicht auf das Gebilder, sondern auf den Stein. Das ist ein Schildbooster. Ja, das ist wie ein Schild-Medi-Pack, ne? Schildbooster lädt Schilde sofort um 25% auf. Achso, das ist wie so ein Medi-Pack. Ach, du Fick-Nudel. Boah, Jay. Na, guck mal, der Fahrer ist voll. Nehm dir mal, äh, hier, Feet. Du bist ja immer ganz vorne. Was? Nein, da möchte ich halt mit. Hat er gar nicht voll? Nein, voll? Wieso richtig voll? Das ist schon immer voll gewesen. Ja, so voll wie Haddy's mal. Oh ja. Ich wette mal, hier müssen wir irgendwann nochmal hin. Aber wobei, wir sind sofort wieder zurück. Wir sind ja ja noch... Alter, wenn du immer aus dem Boden kommst, ist das ganz schön arsch. Erstmal ernten hier. Ja, echt mal. Die bringen... Nein, der hat sie tot. Nice, Jay. Die haben rechtzeitig noch sterben. Ja, ich hab halt kein gutes Schild. Sorry. Ne, Peter, meine auch nur Erfahrung. Ja, verdammt. Ah, verdammt. Lass uns hier mal mal kurz abteilen. Alter, ich kann dich nicht mehr beleben, Jay. Alter, ich hab noch 35 Life. Auf mich lässt er aber nicht, ja. Nee, jetzt bin ich schon. Und ich nehm dir grad auch den Kerner, Herr Huck. Vielen Dank fürs nicht wiederbeleben. Ja, was soll ich denn machen? Der schießt sich als Erfänger. Ich hab nur noch drei Life gehabt. Boah. Ja, Jay, wenn der zwei Viecher auf mich schießt, ich wollte dich ja wiederbeleben. Wenn ich nicht kann, dann kann ich nicht. Ja, Ausreden über Ausreden. Ja, Marsch Ausreden. Boah, da kommst du mal diese komischen Flutterviecher an, ey. Boah, Bram, ey. Kannst du an der Mom nicht mal sagen, du sollst zu Hause bleiben? So, als erstes mal... Oh, das ist jetzt meine Mom. Geschütz-Power, Junge. Artillerie, Flak. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Boah, was ist das denn für ein Vieh? Badass-Wreck. Das ist meine Mom. Und tschüss. Ja, da kommt ja gar nichts. Boah, man wird hier richtig reich, ohne Scheiß. Und deine Mom hat definitiv einen Gastauftritt in Darksiders. Irgendwie gefällt mir dann nicht, dass hier noch ein Teil der Map irgendwie nicht aufgeklärt ist. Was soll der Scheiß? Ja, da kommt auch vielleicht... Ich schätze mal, wir laufen jetzt eh im Kreis zum Kommen da wieder raus. Schlaumeier. Juhu! Schlaumeier. Du bist ja der Schlaumeier. Können wir doch nicht den Väter nicht aufgeklärt ist. Echt mal. Da fährt hier die Mutter, oder was? Da ist das Mutter. Oh, geil. Ich glaube, du findest die Mutter geil von Bram. Ja, das sowieso. Das ist Gegenstand. Da sind noch Edelsteins. Was, Edelsteins sind da? Ja. Nee, das ist noch Goldsteins. Edelsteins. Hier mehr Gold. Da ist eine Treppe. Nein, das ist eine Leiter, Peter. Ja, du hast absolut recht. Der Leiter hat entdeckt. Das ist die Zuschauer schon wieder auf. Das heißt Leiter. Oh, dahin ist noch eine Kiste. Da bin ich auch drüber aufgeregt. Ja, du bist so eine Waffenkiste. Nicht. Nee, nee. Nur munischen. Gibt ja immer Leute, die Munitionsprobleme haben. War da oben, was, ey? Wie macht man die Tür denn auf? Dann müssen wir ja durch. Ja, hier ist so ein Ventil. Nee, damit nicht. Hui. Kann ich wieder zumachen, schnell, bevor jemand in die Tür kommt. Gas. Ey, Galsch, Alter. Er ist dann betätigen. Wui. Autsch. Was ist, wenn ich mich jetzt da drunter stelle? Na, besser. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ich hab mir diese Nahreinsum auf die Augen vorgebracht. Ja, ne? Das ist irgendwie creepy. Ich meine, ich bin eine bescheidene Lade. Schon eine doch sehr tragbare Klinik. Kommt bei mir! Wieso kann ich hier nicht mal eben so ein paar, äh, Spiele-Dinger geben? Alter, Peter, ganz jörgermot. Geh mal hier weg, ja, Mongo! Plus 17% Ladegeschwindigkeit. Ja, aber so Damage ist auch cool. Ich ärgere mich sowieso. Ich glaube, ich hätte meine Skill-Punkte lieber auf Damage getan. Also von mir aus können wir. Das hast du dir auf was getan? Auf Überleben. Den kannst du auf jederzeit ändern. Ganz heftig. An so einem Automaten kostet nur ein bisschen Geld. Ach so. Aber da, wo du auch deinen Aussehen änderst. Ja, Peter. Da hat der Brahmin verdammt recht. Ah, die Gimau sind in den Blüten raus. Ja, ich guck gerade meine Dinge ins hier rein. Einen Moment. Ja, komm, dann guck ich da auch nochmal rein. Ah, Moment, ich hab ja letztes Mal schon vergessen, die Punkte zu verteilen. Das krieg ich wieder hin. Das wolltest du außerhalb der Aufnahme machen. Ja, bin ich leider nicht zugekommen. Ah, Peter, was willst du, ha? Ach, du willst wieder eins auf die Fresse? Ja, komm, du Mongo. Ja, bekriegt euch mal eben ne Runde. Ich war ja kurz ein paar Matches. Wie kann ich die nochmal aus- Wie kann ich die nochmal aus- Ich trifft dich gar nicht, du bist viel zu schnell für mich. Ja. Cool. Mit meiner- Mit meiner, äh, mit meiner, äh- Mein letztes Ziel kann ich alle Feinde in meinem Bildschirm slacken. Ich seh. Snacken kannst du die? Lecken. Boah, Peter, ey, du hast aber ganz schön damage durch meine Waffe gekriegt, muss ich sagen. Ja, Plus hat geschützt, aber ich dachte, du hast einfach keine Chance, wa? Einfach keine Chance. Nein, vor allem, ich treffe dich gar nicht mit meiner Shotgun. Meine Schüsse fliegen, guck mal. So, weißt du, bis die da hinten ankommt, das dauert ein bisschen- Mach nochmal, ich hab das jetzt nicht gesehen. So. Loil, ist ja voll langsam. Und wenn du dann hier so irgendwie so, ui, 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 und ich dann schieße ich, dann kommen die, dann treffe ich gar nicht. Ja, entschuldige mal, ich wollte jetzt nicht wie OW-Style hier vor dir stehen bleiben und so. Wäre mir lieber gewesen. Ja, klar. Wie viel Damage macht das Ding denn da? Diese Kanone, die ich hier in der Hand hab. Ja. 80 mal 13. Ach sooo. Ja, ein Schuss und ich wär down gewesen, wenn mich alle getroffen hätten. Worauf hast du da, Bram? Was hast du da, Bram? Ja, wir kämpfen doch nochmal eben. Bram macht irgendwas. Ne, ich mach nur eben, Bram. Ich hab so wenig Life. Ich muss da eben noch die Toggen einbilden. Wer will mit mir snacken? Howdy, du Bob. Ja, komm, ja, komm. Nehmt das! Wie machst du das denn? Ja, das ist halt meine passiven. Also so, wenn ich einen treffe, meine Waffe macht halt Korrosionsschaden. Ich selbst mach Feuerschaden durch Facelock. Und passiv mach ich jeder Schuss auf einem neuen Gegner, macht Sorge-Schaden. Irgendeinmal so eine Säurewolke. Ich weiß aber nicht, wie viel Damage ich genommen hab. Ja, das ist natürlich heftig, weil wenn dadurch haut er dir halt sofort ein Schild weg. Ey, das ist natürlich echt krank gescheitert. Sofortfällig. Aber Peter hat natürlich keine Schnitte, weil ich hab natürlich noch dann die hier eigentlich.